Guten Tag zusammen! Schöne Grüße von René Meiner, Treasure Tours of Nevada. Ich bin deutschsprachiger Tourguide und falls ihr mal so eine tolle Tour in den Grand Canyon machen wollt, mit einem Hubschrauber, ihr fliegt gerade mal 30 Minuten und habt diese Hammer Aussicht hier, inklusive Sektpicknick, Blick auf den Colorado River, da ist der Helikopter, mit dem wir hergekommen sind, dann guckt unten in die Beschreibung rein, beziehungsweise meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt auch auf meinen Instagram Account gehen, rené-meinert, dort findet ihr alle Informationen zu deutschsprachigen Las Vegas Touren und unter anderem auch den Flug zum Grand Canyon. Guckt euch das an, da haben wir den Colorado River. Der Ausblick ist wirklich der absolute Hammer. Und diese Ruhe! Geräusch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020